Und gleich weiter, weil sonst essen kannst du während dem Geh'n auch. Jetzt sind wir da alle gleich im Arsch. Ja. Ach Gott. Es kann nicht sein, dass ich deinen auch analysiert hab. Lucky, weil ich hab J drückt. Warte mal, ich pfeif kurz ab. So, jetzt hab ich ihn nur mit Tee. Jetzt muss ich aber schauen, dass wir langsam zurückgehen. Irgendwie bergab jetzt, oder? Ja. Wegen der Kälte, aber sonst... Hast du irgendwas in deinem Inventar gehabt, was wichtig war? Ah ja. Was? Ja, wie heißt's? Pasta. Hä? Kementinpasta. Wieso hast du die in deinem Inventar und nicht in dem Frosch? Ja, na, ich hab ein Frosch. Na, okay, das ist mir ja wurscht. Einen Frosch hab ich ja eh da. Ist ja keine Hexerei, der Frosch. So, geh mal runter, da. Ist der auch noch immer kalt? Mit Fackel geht's auch auf Stirn. Halt, dass ich keinen Schaden krieg. Oh, jetzt blockt er eine Frosch da. Ich glaub, da kann ich nicht fliegen. Sollten wir aber jetzt schauen, wie man... Halt, ich schau mal auf die Karte kurz. Wieso sind wir jetzt da? Rennen wir ja komplett zurück, oder? Ja. Wir hätten komplett in die Richtung müssen, oder? Ja. So, hab ich den Frosch noch bei mir? Das ist nervig, wenn den Frosch jetzt zurückgehen. Pass auf ihn auf. Halt, bleibst du hinterhalb, oder wie? Ja. Ich hack mich da ein bisschen durch, weil sonst kommt der ja nicht durch. Achso, und springen gar nicht. Ja, leider. Alles, was Steine sind, muss ich auch wegkloppen. Das wird jetzt mühsam. Gehen wir jetzt sicher richtig. Jetzt sind wir ja oben ganz am Strand, oder? Im Norden. Ja, leider. Wir sind komplett falsch gegangen. Irgendwie. Wir hätten... Müssen wir doch jetzt rück, oder? Warte kurz. Ich glaube, wir müssen... Ich kann nicht auf die Karte schauen, weil ich nicht halt in die Richtung springe, weil sonst habe ich den Frosch weg. Und ohne Springen sehe ich die Richtung nicht mehr in den Frosch. Boah. Boah. Können wir nicht vergessen. Schaust du mal wegen der Richtung, dass wir in die richtige Richtung gehen, und nicht fünfmal noch im Kreis gehen? Oder nimmt er du in den Frosch, dann schaue ich wegen der Richtung. Eins von den beiden. Ja, dann nehme ich in den Frosch. Ist glaube ich besser. Mir ist es gleich. Aber nur beides geht nicht. Ja, die Richtung passt. Ja, Big Mode, das Problem ist, wenn es ihm nachzieht, kannst du nicht hüpfen. Aber jetzt muss ich nachgehen. Wir müssen in Richtung des Berges dort ungefähr. Das sollte ungefähr passen. Das müsste der lange entfernte sein nach vorne. Na, ich renne wieder. Das gibt es ja nicht. Jetzt bewegt sich der scheiß Kreislauf wieder in die falsche Richtung. Manchmal verstehe ich das nicht. Kommst du da mit dem Frosch überhaupt vorbei? Da jetzt bei den Haufensteinen? Ja, ja, es geht. 5 von dem Kreis tritt und dann vielleicht in der richtigen Richtung einmal. Ja, das ist der Berg außerhalb. Machen wir das Mammut. Und den Agentar ist davon natürlich. Die Mammuts schauen jetzt ganz komplett anders aus. Ich finde, die sehen hässlich aus. Ja. Zumindest bei mir. Das Fell ist das nämlich, was so hässlich ist. Ja. Ja. Ich glaube, wenn wir so gehen, gehen wir genau zwischen den zwei Bergen rechts und links vorbei, oder? Ich hoffe es zumindest. Zeig, wenn du nicht hinterherkommst. Ja. Wie viele Farmspunkte kriegt man bei so einem Level 12er? Habe ich jetzt nicht gesehen. Leider. Stego vor uns. So, da wird schon wieder kalt. Oder kält der, sagen wir so. So, läuft ja ganz gut jetzt wieder. Dann werden wir schauen, dass wir jetzt einmal zur Froschform zurückkommen, würde ich fast vorschlagen. Ungefähr. Ja, wäre das Beste. Und dann dort einmal, weil wir sind wahrscheinlich auch mein Inventar bald irgendwann so weit voll. Mit dem ganzen Heid und Keratin und Kittin und Mammut rechts. Ich finde, sind unsere auch in der Farbe jetzt? Oder haben sie die alten nicht geändert? Hey, das ist ein Rex. Unsere sehen jetzt auch so aus. Wir sind komplett falsch jetzt. Aber okay. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Aber ich glaube, wir sind komplett woanders vorhin. Schauen wir, dass wir zum Fluss kommen am besten. Ja. Müsste in die Richtung einfach sein. Warte, ich habe dich gerade verloren. Wo bist du? Gerade was weiter einfach. Agentur, ich steige gerade in die Höhe rauf. Müsste es mich gleich wieder sehen. Einfach rechte Hand im Berg lassen. Okay. No. Ah, okay. Passt. So, da ist nämlich ein Scorpio wäre da irgendwo gewesen. Okay, der Scorpio ist tot. Dann ist da ein Cologne noch. Level 4 Agentur, das ist ein Bonhit. So, dann schauen wir, dass wir in die Richtung weiter, dann müsste da irgendwo nachher der Fluss, im Fluss müssen wir nachher rechts. Obwohl, wir könnten eigentlich daher oben auch halt da so auch gleich entlang gehen ein bisschen weiter rechts noch. Nur, dass wir nicht zu weit gehen und nachher wieder auf der Oberseite hinken. Ich traue es uns zu, schön langsam. Bisschen Pelz haben wir bekommen, da unten ist Wasser sichtbar. Machen wir da vorne die 3-4 Spucke, was da sind. Warte, ich habe den Kling. Ah, da ist er. Klasse, jetzt hängt es. Warte, ich warte bei dir. Ich tue gleich einmal den anderen kurz leveln. Der ist glaube ich schon zum leveln. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich bin schon wieder da. Passt. Geht es gleich weiter. Was? Wie in meinen Frosch ohne Hilfe? Oh ja, aber der ist gestorben, Big Mode. Sorry, ich habe das gerade nicht mitbekommen. Da links wäre ein grüner Erd. Hopp, holen wir uns den. Ich check mal die Schildkröten. Ja, mache ich auch gerade. Der eine. Warte, müsste ich trotzdem noch rausgehen. Okay, ich glaube, jetzt kenne ich mich wieder aus. Ja, da waren wir vorher. Da sind wir auch hier raufgegangen. Wir müssen jetzt rechts da noch. Komplette Heidrüstung. Grapp da. Bis das einfach so bum bum weg ist. Drei Frösche greifen wir an. Was greift dich an? Nein, drei Frösche greifen wir an. Ja, aber was greift dich an, weil ich habe gerade den Zaun gehabt. Ich nichts. Da vorne ist ein Kano. Oh, ja, der weiße. Deswegen habe ich ja gefragt. Fliegen liegen da herum. Bei welchen Koordinaten seid ihr jetzt? Gleich. Wir sind bei 45, 65 und wir gehen jetzt auf den oberen Fluss entlang. Hätte ich jetzt vorgehabt. Ach so. Ja, ich bin schon bei 60, 55. Also wir gehen oben im Fluss entlang oder wir gehen gleich unten im Fluss entlang, weil dann kommen wir gleich zu unserer Bs. Könnten wir eigentlich auch machen. Ich gehe gerade lang. Halt nicht zu unserer Hauptbahn, sondern ich meine zum Froschdings. Froschette. Ich bin noch ganz unten, glaube ich. Ja, ja, passt schon. Gehen wir gleich da so runter. Servus Andreas, willkommen im Stream. Der Anton ist gestorben. Der ist auch froren. Diesmal war es wenigstens nicht der Frosch. Die Frösche gehen fast nimmer drauf. Halt, der muss sich schon sau deppert, glaube ich, anstellen. Mit 3000 Leben, das ist schon heftig und den Damage, was die auch raus haben. Nein, der kommt da wieder. Ich hasse die Giraffen. Ich hasse sie wie die Pest. Das Deppertis bleiben hängen und hast ihnen du im Baum unabsichtlich wieder weg. Durchs Angreifen. 100, okay. Wie viel Erfahrung hat das gegeben? Ich hab's nicht gesehen. Schade, das hätte mich jetzt interessiert. Weil die hast du bekommen. Halt, ich hab's getötet. Ja, meiner steht kurz im Level ab. Okay. Was Paris hört uns nerven auf. Was ist deine Meinung? Ich muss ehrlich sagen, nicht viel habe ich da eine Meinung dafür, weil es ist scheiße, macht man nicht. Da brauche ich gar nicht viel darüber reden. Ja, aber ich finde das Ganze, was halt auch rundherum gemacht wird, dass einfach die anderen Sachen, keine Ahnung, jetzt ein Flugzeug abstürzt oder so, wird er die Chew halt raus sozusagen verunglückt und dort hört man auf einmal nix von denen und das ist ein bisschen, ja. Ich finde das auch bescheuert, zum Beispiel mit Facebook und dem Ding. Ich finde das so unnötig, halt die ganzen Farbenzeichen, halt, nein, kommt zurück, 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 andere Richtung, ja. dass man, dass man da sein Trikolor drüber über den, übers Profilbild legt, übers Profil, wem bringt denn das was, wenn wir sich ehrlich sind? Wir müssen da links hinunter. Das ist ein Zeichen der Trauer vielleicht, okay, ja, da kann man vielleicht, aber, aber, was, was, was halt, ob die, scheiße, das ist gerade nicht ausgehangen. Wie viele machen es einfach nur aus Gruppenzwang, sag ich mal. Ja, ne, es gibt eh schon Bilder, wo du einfach siehst, ähm, viele, halt, Homer Sims in der Bar, alle mit, mit den, sozusagen, kolorten Bild, außer ihr. Und dann gibt es aber auch Leute, die einfach schon die Leute anschreiben. Und dann,